Guten Sonntagmorgen hier vom Eisernen Steg im Herzen von Frankfurt am Main. Wir sind noch vor Sonnenaufgang unterwegs, weil ich dann nach Wiesbaden fahre. Ich bin kirchlicher Redakteur für den Deutschlandfunk Gottesdienst, der aus der Lutherkirche in Wiesbaden übertragen wird. Und da hatten wir gestern die Durchlaufprobe und das war schon so schön. Also, wenn ihr Lust habt, 10.05 Uhr, Deutschlandfunk, feiert doch mit am Radio. Vorher aber sagen wir ihn euch an, den lieben Advent. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht die zweite Kerze brennt. So nehmt euch eins um das anderen an, wie auch der Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Habt einen schönen zweiten Advent, seid behütet und hier kommt die Richtung, in der die Sonne für euch aufgeht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.